Hallo und herzlich willkommen zur Christ Study Hour hier auf www.joelmedia.de. Ein herzliches Willkommen, gilt auch allen Zuschauern, auf Amazing Discoveries zur nächsten Folge unserer Serie über das Buch Jesaja. Heute wollen wir uns mit Kapitel 36 bis 40 beschäftigen. Wir haben diese Aufnahme schon etwas vorgezogen für alle, die sich vorbereiten wollen auf das Bibelgespräch am 13. Februar, wo die Kapitel 36 bis 39 eine Rolle spielen. Und dann im Bibelgespräch am 20. Februar wird dann Kapitel 40 eine Rolle spielen und thematisiert werden, was wir ebenfalls heute hier besprechen wollen. Es ist ein Abschnitt, der enorm interessant ist mit sehr vielen historischen Hintergründen, die wir zum Teil auch besser verstehen können durch außerbiblische Quellen. Zum Teil gibt es auch noch Fragen, da werden wir dann im Laufe dieses Studiums drauf kommen. Aber bevor wir beginnen mit dieser wirklich äußerst spannenden Geschichte, wollen wir Gott einladen, unser Denken zu leiten durch seinen Heiligen Geist. Und wir wollen zu ihm beten. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für dieses wunderbare Buch Jesaja. Und wir möchten dich bitten, dass wir aus dieser so dramatischen Geschichte von der Belagerung Jerusalems und diesen Geschichten aus der Zeit von Hiskia Dinge lernen können für unseren persönlichen Glauben und auch für diese letzte Zeit, in der wir leben. Herr, wir möchten dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist zu uns sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir beginnen in Jesaja 36 und dort Vers 1. Und es geschah im 14. Jahr des Königs Hiskia, da zog Sancharib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas herauf und nahm sie ein. Die Chronologie des Königs Hiskia ist äußerst komplex und für meine Begriffe auch noch nicht völlig zufriedenstellend gelöst. Wir hatten in der allerersten Folge dieser Serie eine Übersicht der Königsdaten. Ich möchte bitten, das zu korrigieren, denn dort hatte ich die Daten angegeben, wie sie von Edward Thiele damals erarbeitet worden sind, wonach Hiskia ab 715 regiert hat. Das ist wohl offensichtlich nicht korrekt, sondern Hiskia hat ganz offensichtlich schon vorher regiert, wahrscheinlich möglicherweise als Korrigent mit seinem Vater Ahas. Das ist momentan so der Stand der Forschung. Aber wie gesagt, gibt es eine Reihe von Schwierigkeiten, die wir jetzt hier aus Zeitgründen nicht erörtern können. Ich bin ja selbst noch dabei, das besser zu durchdringen und zu erforschen. Was wir allerdings natürlich wissen, ist der Sanherib. Und das ist der assyrische Großkönig Sin-Ache-Eribe, der Sohn und Nachfolger von Sargon. Der war 705 im Krieg gestorben. Sanherib hatte die assyrische Hauptstadt sofort von Dur-Sharrokin, dem heutigen Kor-Sabbat, wo Sargon gerade erst eine neue Residenz hat erbauen lassen. Zuvor war die Residenz immer in Kalkiu, für 150 Jahre gewesen, dem heutigen Balabat. Und Sanherib hatte den Regierungssitz von Dur-Sharrokin, also von Kor-Sabbat, nach Niniveh versetzen lassen. Eine alte Stadt, dem assyrischen Kernland, die ja schon auch vorher in der biblischen Geschichte bei Jona eine große Rolle gespielt hat. Sein vierter Feldzug führte ihn dann nach Palästina. Das Jahr wird allgemein in der altorientalischen Forschung hier auf das Jahr 701 vor Christus datiert. Es gibt wichtige Parallelberichte in 2. Könige 18 und 2. Chronik 32, auf die wir dann immer wieder auch zu sprechen kommen werden. Und der König von Assyrien hat hier alle festen, alle befestigten Städte, also wie Lachisch, Gibeon, Soho, Bet-Schemisch und so weiter eingenommen. Es war eine ganz dramatische Situation. All die Prophezeiungen, die wir in den vorherigen Wochen gesehen haben, in Kapitel 7 und 8 und 33 und überall in den Kapiteln vorher, erfüllen sich jetzt hier auf den Buchstaben hin. Genau, Vers 2. Und der König von Assyrien sandte den Rabshakeh mit einer großen Heeresmacht von Lachisch nach Jerusalem gegen den König Eski. Und der Rabshakeh stellte sich bei der Wasserleitung des oberen Teiches an der Straße des Valkerfeldes auf. Lachisch war die zweitgrößte Stadt Judas, stark befestigt. Und die wurde dem Erdboden wohl gleichgemacht, eingenommen, mit großer Gewalt erobert zumindest. Und das Ganze ist dargestellt auf dem berühmten Lachisch-Relief, das der Sanherib dann an prominenter Stelle in seinem neu erbauten Palast in Niniveh, dem sogenannten unvergleichlichen Palast Janim Laishu, einen zweiten wie ihn gibt es nicht, so nannte er ihn. Und dort hat er diese Reliefs an prominenter Stelle anbringen lassen und heute sind sie im britischen Museum ausgestellt. Rabshakeh ist assyrisch, ein Titel für einen großen Magnaten, der oberste der Mundschenke. Rab ist der große, Shakeh ist der Mundschenke oder in dem Fall halt hier die Mundschenke. Außerdem, so sagt uns der Parallelbericht in 2. Könige, war auch noch der Tartan, das ist der assyrische Turtanu, der oberste Feldherr und der Rapsaris, das ist assyrisch der Rapsha-Rechi, das ist der oberste der Eunuchen. Diese drei großen Magnaten haben dieses Feld hier angeführt. Ellen White sagt uns, dass der Sanherib seine Armee geteilt hat. Er ist mit einem Teil Richtung Ägypten gezogen, während der zweite Teil hier unter Führung dieser großen Würdenträger Jerusalem hat angreifen sollen. Die Wasserleitung oder dieser Ort hier, die Wasserleitung am oberen Teich an der Straße des Walkerfeldes, erinnert uns natürlich an Jesaja 7, Vers 3. Genau derselbe Ort, wo über 30 Jahre zuvor Jesaja dem Ahas genau diese Invasion angekündigt hatte, Vers 3. Da ging dann zum Hinaus Eljakim, der Sohn Hilkias, der über den Palast gesetzt war. Das war genau der Eljakim, den wir in Jesaja 22 gesehen haben, der den gottlosen Schebner abgelöst hat und Schebner der Schreiber und Joach, der Sohn Asafs, der Kanzleischreiber. Also gibt es eine offizielle diplomatische Delegation der Judäer. Und der Rabshakeh sprach zu ihnen, sag doch dem Hiskier, so spricht der König, der große König, der König von Assyrien. Was ist das für eine Stütze, auf die du vertraust? Die Bibel sagt in Sprüche 16, Vers 18, Hochmut kommt vor dem Fall und das sieht man bei den Assyrern jetzt sehr deutlich. Vers 5, ich erkläre es für leeres Geschwätz. Wenn du sagst, du hättest Rat und Macht zum Krieg, auf wen vertraust du denn, dass du dich gegen mich aufgelehnt hast? Wir wissen aus 2. Könige 18, Vers 7, dass Hiskier nach dem Sturz wahrscheinlich von Sargon, nach dem Tod von Sargon besser gesagt, die Tributzahlung an den König von Assyrien eingestellt hatte. Und Sanerib hatte daraufhin bereits Judah verwüstet und nach 2. Könige 18, Vers 14 hatte dann Hiskier 300 Silber, Talente Silber und 30 Talente Gold als Tribut entrichtet. Ähnliche Zahlen finden sich auch in Saneribs kaltschriftlichem Bericht über diesen Feldzug. Vers 6, siehe, du vertraust auf jenen geknickten Rohrstab, auf Ägypten, der jedem, der sich darauf stützt, in die Hand fährt und sie durchbohrt. So ist der Pharao, der König von Ägypten, für alle, die auf ihn vertrauen. Wir hatten gesehen in den folgenden Kapiteln, dass die Judäer tatsächlich eine Allianz mit den Ägyptern ins Auge gefasst hatten. Und Gott hatte ihnen damals schon vergesagt, dass das nicht funktionieren wird und dass alle Hoffnung auf Ägypten nutzlos sein würde. Jesaja 30, Vers 5 erfüllt sich hier sogar buchstäblich mit diesem Spott. Wenn du aber zu mir sagen wolltest, wir vertrauen auf den Herrn und seinen Gott, ist das nicht der, dessen Höhen und Altäre Hiskier beseitigt hat, indem er zu Judah und Jerusalem sagte, nur vor diesem Altar sollt ihr anbeten. Hier bezieht sich der Rapschake auf die durchgreifende Gottesdienstreform, die Hiskier ja nach 2. Könige 18 und 2. Chronik 30 durchgeführt hatte, wo alle Opfer auf den Höhen beseitigt worden sind, die Götzen beseitigt worden sind und der Gottesdienst wieder nach den Maßgaben der 5 Bücher Mose durchgeführt werden sollte, mit einem Altar und mit einem Heiligtum. Lass dich doch jetzt einmal mit meinem Herrn, dem König von Assyrien, ein. Ich will dir 2000 Pferde geben, wenn du die Reiter dazu stellen kannst. Das ist natürlich sehr spöttisch. Die Hiskier wollte ja Pferde aus Ägypten bekommen, aber der Sanderib sagt, schau mal, du hast nicht mal genügend Reiter. Vers 9, wie wolltest du denn einem der geringsten Stadthalter von den Knechten meines Herrn widerstehen? Doch du vertraust dir auf Ägypten wegen der Streitwagen und Reiter. Die Assyrer hatten ja überall in den oberten Gebieten so Provinzstadthalter eingesetzt und der Rapschake sagt, jeder einzelne Stadthalter, jeder einzelne Provinzgewinne ist mächtiger als du. Nun aber bin ich etwa ohne den Befehl des Herrn gegen dieses Land heraufgezogen, um es zu verderben. Der Herr selbst hat zu mir gesprochen, ziehe ich hinauf in dieses Land und verderbe es. Es geht so weit, dass die Assyrer behaupten, im Auftrag des Herrn zu sprechen. Und das ist ganz interessant, weil wir natürlich wissen aus vorigen Kapiteln, dass Gott tatsächlich die Assyrer benutzt hat als Instrument. Aber selbstverständlich war es nicht Gottes Plan, dass die Assyrer jetzt Jerusalem hier vernichten und dann die Dinge tun, die sie hier vorschlagen. Und das weist uns darauf hin, dass typologisch auch in der Endzeit die Verfolger der Übrigen behaupten werden, im Namen Gottes zu agieren. Vers 11, da sprachen El-Jakim, Schepner und Joach zu dem Rapschakeh, rede doch mit deinen Knechten Aramäisch, denn wir verstehen es und rede nicht Judäisch. Mit uns vor den Ohren des Volkes, das auf der Mauer ist. Aramäisch war damals bekannterweise die Handels- und Verkehrssprache. Tatsächlich waren wahrscheinlich bis zu 50 Prozent, wenn nicht sogar mehr, der Bewohner des Assyrischen Reiches tatsächlich Aramäer, sodass Aramäisch sowas wie die zweite Amtssprache auch im Assyrischen Reich gewesen ist. Manche gehen so wahr, zu sagen, man könnte das Assyrische Reich auch genauso gut ein Aramäisches Reich nennen, aufgrund dieser vielen Aramäer. Interessanterweise ist der Rapschakeh hier offensichtlich sehr gebildet, gut ausgebildet und kann auch fließend Hebräisch. Und er hat offensichtlich gar kein Interesse an einer ganz gewöhnlichen diplomatischen Mission, sondern er möchte viel mehr Propaganda betreiben. Vers 12, Also Sandarib will Propaganda, er will das Volk einschüchtern. Das ist eine ganze klassische Strategie der Assyrer gewesen, das Volk durch Aktionen außerhalb der Stadtmauern so sehr einzuschüchtern, zum Teil auch mit sehr grausamen Methoden, um das Volk dann zur Aufgabe zu zwingen, damit man die Stadt nicht mit großem Gerät erst erobern muss, was immer auch sehr schwierig war und nicht immer auch gelungen ist. Normalerweise führen also Belagerungen zu Hungersnöten in der Stadt, inwieweit das hier schon der Fall gewesen ist, ist eher nicht so genau zu bestimmen. Möglicherweise war die Hungersnote hier noch nicht so besonders groß, weil die Assyrer ja gerade erst angekommen waren. Also wir können ja wohl auch mit starker Übertreibung des Rapschakeh rechnen. Vers 14, So spricht der König, lasst euch von Hiskia nicht verführen, denn er kann euch nicht retten. Hiskia hatte das Volk aufgerufen, auf den Herrn zu vertrauen, so lesen wir in 2. Chronik 32, Vers 5-8. Lasst euch von Hiskia auch nicht auf den Herrn vertrösten, wenn er sagt, der Herr wird uns gewiss erretten und diese Stadt wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Also der Rapschakeh sagt, weder Gott noch Hiskia können euch retten. Der Satan versucht also hier durch den assyrischen Magnaten das Vertrauen des Volkes in die Erlösung durch Gott zu erschüttern. Hiskias Glaube basiert allerdings auf der prophetischen Botschaft Jesajas, der gesagt hatte, die Assyrer werden diese Stadt nicht einnehmen können. Vers 16, Hört nicht auf Hiskia, denn so spricht der König von Assyrien, macht Frieden mit mir und kommt zu mir heraus. So soll jeder Mann von seinem Feinstock und von seinem Feigenwurm essen und das Wasser seines Brunnens trinken. Also die Idee ist sozusagen, er bietet an, wenn ihr kampflos die Stadt übergebt, dann werden euch keine Gräueltaten angeboten. Das ist etwas, wo die Assyrer maßlos übertrieben haben. Mehr als alle anderen Völker, die wir in der Geschichte kennen, uns auch noch stolz darauf waren, dass sie den Menschen schlimme Dinge angetan haben. Man sieht das auch auf den Lachisch-Reliefs, was sie den Judäern dort angetan haben. Und das war sicherlich verlockend. Okay, wir leben dann in Frieden unter assyrische Herrschaft, aber wir werden dann nicht gehäutet und werden nicht die Gliedmassen abgeschnitten oder gepfehlt, Dinge, die dort bei den Assyrern gang und gäbe waren. Dieses Sitzen unter dem Weinstock und von dem Feigenwurm essen ist eine typische biblische Metapher für Frieden und friedliche Zeiten, für Ruhe. Aber das Ganze hat natürlich einen gewaltigen Haken. Vers 17, bis ich komme und euch in ein Land führe, das eurem Land gleich ist, ein Land voll Korn und Most, ein Land voll Brot und Weinbergen. Die Assyrer waren bekannt für ihre Deportationspraxis, war ein Schlüsselelement der assyrischen Politik, weil dadurch konnten sie jeden nationalen Widerstand gegen die Oberherrschaft brechen, indem sie große Teile der Bevölkerung in andere Gebiete verlegten und so die Ethnien völlig durchmischten. Man rechnet damit, dass durch die assyrische Großreichspolitik, die dauerhaft und unumkehrbar viele Völker des Nahen Ostens durcheinander gemischt worden sind. Der Sanheri bietet hier den Judäern also ein anderes gelobtes Land an, eines, das nicht dem entspricht, was Gott für sie vorgesehen hat. Und deswegen konnten natürlich die Judäer darauf unter gar keinen Umständen eingehen. Vers 18, lasst euch von Hiskia nicht verführen, wenn er spricht, der Herr wird uns retten. Hat etwa irgendeiner von den Göttern der Heidenvölker sein Land aus der Hand des Königs von Assyrien retten können? Also hier haben wir dieselbe Idee wie auch schon in Vers 15. Und die Assyrer betrachten den Gott Israels offensichtlich nur wie einen weiteren Provinzgott, so wie die Götter der anderen Städte und Reiche, die sie alle erobert haben. Aber das war ein großer Fehler. Wir sehen diese Haltung hier in Vers 19. Wo sind die Götter von Hamad und Arpad? Wo sind die Götter von Zephar-Vayim? Haben sie etwa Samaria aus meiner Hand errettet? Über Hamad und Arpad haben wir schon im Zuge von Jesaja 10 hier gesprochen. Städte, die unter Tiglath-Pileser belagert und besiegt worden sind. Hamad 37 als Hauptstadt des gleichnamigen aramäischen Staates und Arpad, die Hauptstadt von Bid-Agusi, auch 743, drei Jahre lang dann belagert und 47. Schließlich eingenommen, nach drei Jahren Belagung eingenommen. Zephar-Vayim ist möglicherweise das alte Sippa in Babylonien und war zur Zeit von Sargon, so die nördlichste Stadt des kleinen, geschrumpften babylonischen Reiches und ist dann später von den Assyrern auch eingenommen worden. Und über Samaria haben wir auch schon gesprochen. Ungefähr 722 vor Christus. Ich sage mal, dass er den fünften eingenommen. Eingenommen. Vers 20. Wen gibt es unter allen Göttern dieser Länder, der sein Land aus meiner Hand errettet hätte, dass der Herr Jerusalem aus meiner Hand erretten sollte? Diese herausfordernde Frage. Ja, wer ist der Herr? Die kennen wir vom Pharao in 2. Mose 5, Vers 2. Die kennen wir von Nebukadnezar in Daniel 3, Vers 15. Und jedes Mal ist Gott der Sieger geblieben. Vers 21. Sie schwiegen aber still und antworteten ihm nicht ein Wort, denn der König hatte das Gebot erlassen und gesagt, antwortet ihm nichts. Manchmal ist Schweigen golden. Wir haben einige biblische Verse dieses Prinzip hier, gerade in Krisenzeiten noch einmal, gerade dann, wenn man Spott und Hohen ausgesetzt ist, illustrieren. Darauf kamen El-Jakim, der Sohn Hilkias, der mit dem Palast gesetzt war, und Schepner, der Schreiber, und Joach, der Sohn Asaphs, der Kanzleischreiber, mit zerrissenen Kleidern zu Hiskir und berichteten ihm die Worte des Rapschakeh. Hier erfüllt sich wörtlich Jesaja 33, Vers 7, dass die Friedensboden trauern. Die Geschichte geht direkt weiter. Vers 1, Kapitel 37. Der König initiiert jetzt den Kontakt zu Jesaja, während ja über 30 Jahre zuvor Jesaja zu Ahas kommen musste. Es heißt weiter, in Vers 4, vielleicht wird, Vers 3, und sie sprachen zu ihm, so spricht es Kier, das ist ein Tag der Not und der Züchtigung, ein Tag der Schmach, denn die Kinder sind bis zum Durchbruch gekommen, aber das ist keine Kraft zum Gebären. Ein Bild von einer gefährlichen Schwangerschaft, eine Schwangerschaft, die nicht so verläuft, wie sie verlaufen müsste. Ein Bild der Not. Wir hatten schon Jesaja 26, Vers 17 und 18, dieses Bild der gefährlichen Geburt gesehen. Verzeihung, ja doch, da haben wir das gesehen. Und ein angemessenes Gebet dafür hatte Jesaja schon in Jesaja 33, Vers 2 formuliert. Die Bibel sagt ja, dass wir ihn anrufen sollen in der Zeit der Not und er will uns hören. Vers 4. Hier geht es also um die Übrigen. Das taucht dir wieder auf. Es soll für Bitte gehalten werden, wie wir das auch in Joel 2, Vers 17 finden, wo auch für die Übrigen gebetet wird und Gott dann mächtig eingreift. Vers 5 und 6. Als nun die Knechte des Königs des Kier zu Jesaja kamen, da sprach Jesaja zu ihnen, so sollt ihr zu eurem Herrn sprechen, so spricht der Herr. Fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen die Knechte des Königs von Assyrien nicht gelästert haben. Das ist die gleiche Botschaft, die eigentlich Gott schon 30 Jahre zuvor dem Ahas gegeben hatte, als Pekach und Rezin einmarschiert waren. Fürchte dich nicht. Auch an anderen Stellen der Bibel finden wir immer wieder diese prophetische Botschaft, fürchte dich nicht, in der Gefahr. Jesus sagt uns, Markus 5, Vers 36, fürchte dich nicht. Siehe, ich will ihm meinen Geist angeben, dass er ein Gerücht hören und wieder in sein Land ziehen wird und ich will ihn in seinem Land durch das Schwert. Fällen. Gott prophezeit den Abzug der Assyrer und den Tod Sanheribs in Assyrien. Auch das in Harmonie mit vielen Prophezeiungen, die wir vorher schon gesehen haben. In Vers 8 heißt es weiter. Als nun der Rapschake zurückkehrte, fand er den König von Assyrien im Kampf gegen Libna, denn er hatte gehört, dass er von Lachisch abgezogen war. Libna ist ein jüdischer Ort, der wahrscheinlich nördlich von Lachisch gelegen hat. Allerdings ist er noch nicht zweifel 2 identifiziert. Da hörte Sanherib von Tirhaka, dem König von Kursch, sagen, er ist ausgezogen, um gegen dich zu kämpfen. Als er das hörte, sandte er Boden zu Skir und sprach. Da handelt es sich um den ägyptischen König Tirhaka, Pharao der 25. Dynastie. Meistens wird er erst ab 690 vor Christus datiert, aber auch unter Assyriologen ist das durchaus eine Option, bereits anzunehmen, dass er hier zu dieser Zeit König gewesen ist. Er war Mitglied der 25. ägyptischen Dynastie, die ja aus Kursch, aus Nubien, gekommen war und der jetzt hier zum Kampf zieht und gegen den Sanherib sich stellen muss. So sollt ihr zu Hiskia, dem König von Judas sprechen. Lass dich von deinem Gott, auf den du vertraust, nicht verführen. Indem du sprichst, Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Hier haben wir einen direkten Brief vom König an den König und wir haben denselben Gedanken wie beim Rabshake. Okay, und interessanterweise bezeichnet jetzt also Sanherib das Vertrauen auf den Gott Israels als eine Verführung und Gott als einen Verführer. Hier hört man sehr deutlich die Stimme Satans aus dem assyrischen König sprechen. Und dann heißt es in Vers 11, siehe, du hast gehört, was die Könige von Assyrien allen Ländern angetan haben, wie sie den Band an ihnen vollstreckt haben und du solltest errettet werden. Dein Blick auf die Karte zeigt, tatsächlich waren alle Völker der damaligen Zeit dort im Nahen Osten den Assyrern zum Opfer gefallen und Judah war wirklich ein kleines Königtum. Es sah unmöglich aus, dass sie den Assyrern widerstehen konnten. Und so dachte auch der Sanherib. Haben die Götter der Heidenvölker etwa die errettet, welche meine Väter vernichtet haben, nämlich Gozan, Haran, Rezef und die Söhne Edens, die in Telassa waren? Sanherib erinnert jetzt an die jüngere assyrische Geschichte mit den beispiellosen Eroberungszügen. Gozan ist das Gusana, das heutige Tel-Halafa, Hauptstadt des Fürstentums Bitbahiani, auch ein aramäisches Königtum, das dann wohl gegen 808 vor Christus, schon über 100 Jahre vorher, ins assyrische Reich eingegliedert worden war. Haran ist Haranu, die berühmte Karawanenstadt, in der schon Abram mit seiner Familie auf dem Weg von Ur Zwischenstationen gemacht hat. Diese Stadt war aber schon in mittelassyrischer Zeit von Adat Narari und Salmanasse dem ersten oberen worden, aber dann erst unter Salmanasse dem dritten Mitte des neunten Jahrhunderts endgültig in das assyrische Reich integriert worden. Rezef ist möglicherweise das heutige Resapha. Südlich des Euphrates, auch dort tauchen ab der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts assyrische Vorsteher auf. Der Text ist aus Verwaltungstexten aus Assyrien bekannt. Bei den Söhnen Edens handelt es sich wohl um die Menschen im aramäischen Fürstentum Bitardini. Das ist das Haus Ardinis und die Söhne sind dann sozusagen die Menschen dieses Reiches. Mit der Hauptstadt Tilbarzib erobert 856 von Salmanasse dem dritten, 855 für Assyrien. Und Tilbarzib ist unklar identifiziert. Die Hinweise darauf habt ihr im Sendemanuskript. Wo ist der König von Hamad und der König von Arpad und der König der Stadt Seferwayim von Hena und Iva. Über die meisten Städte haben wir schon gesprochen. Hena und Iva sind beide nicht deutlich lokalisiert, möglicherweise am Euphrat gelegen, also auch mehr Richtung Babylonien. Vers 14. Als nun Hiskia den Brief aus der Hand der Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf in das Haus des Herrn und Hiskia breitete ihn aus vor dem Herrn. Vorher hat er eine Botschaft, eine Delegation an Jesaja gesandt, damit Jesaja für ihn betet. Aber jetzt betet er selbst. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir dürfen unsere Anliegen direkt vor Gott bringen und zu ihm beten. Und Hiskia betete vor dem Herrn und sprach, O Herr der Herrscher, an du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst. Das geht auf diese Bundeslade zurück, wo du Cherubim an der Bundeslade gewesen sind. Du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Gott ist der Schöpfer. Er ist Herrscher über alle Königreiche und alle müssen ihm folgen. Und wir dürfen aus dieser Geschichte hier lernen, dass egal wie dramatisch unsere Lage ist, egal wie schwerwiegend die Not, die Trübsal ist, wir dürfen mit allem, was uns bedrückt, mit allem, was uns belastet, mit allen Anklagen, die wir empfangen, dürfen wir zu Gott kommen und sie ihm vorlegen und ausbreiten. Und Gott ist für alle Probleme zuständig und kann sich um alles kümmern. Vers 17. Diese Formulierung, neige dein Ohr und höre, geht zurück auf Salomo, der das bei der Einweihung des Tempels gebetet hatte. Und später finden wir fast dieselbe Formulierung dann auch bei Daniel in Daniel 9. Es ist wahr, Herr, die Könige von Assyrien haben alle Länder der Heidenvölker und ihr Gebiet verwüstet und sie haben ihre Götter ins Feuer geworfen, denn sie waren keine Götter, sondern Werke von Menschenhand, Holz und Stein und so konnten sie sie vernichten. Also teilweise sind die Behauptungen von Sanerib, ja wahr, tatsächlich haben sie alles zerstört, tatsächlich konnten die Götter nicht helfen, aber das liegt ja in der Natur der Sache. Aber Gott, der Gott Israels, ist anders. Er ist der wahre Gott, er ist real und er kann helfen. Vers 20. Nun aber, Herr, unser Gott, errette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du der Herr bist, du allein. Wenn Gott eingreift, dann wird das international zum Bekanntwerden Gottes beitragen. Gott benutzt Krisen, damit, wenn er dann für sein Volk wirken kann, das, was sie in Friedenszeiten nie von ihm erbeten haben, dass dadurch sein Name bekannt wird auf der ganzen Welt. Wir erinnern uns an die Geschichte vom Exodus aus Ägypten, wo das der Fall gewesen ist, auch an David und Goliath, wo David sagt, dass durch diese Tat des Sieges über Goliath Gottes Name bei den Völkern bekannt werden wird. Vers 21. Der sandte Jesaja, der Sohn des Ammos, zu Hiskio und ließ ihm sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, was du wegen Saneribs des Königs von Assyrien zu mir gebetet hast. Nun, dies ist das Wort, das der Herr gegen ihn geredet hatte. Es verachtet dich, es spottet über dich. Die Jungfrau, die Tochter Zion, die Tochter Jerusalems, schüttelt das Haupt über dich. Die Antwort auf das Gebet kommt durch das prophetische Wort. Wenn wir mit unseren Sorgen und Nöten zu Gott kommen und direkt zu ihm beten und nicht nur bitten, andere für uns zu beten, sondern direkt zu ihm beten, dürfen wir wissen, dass er auch durch sein prophetisches Wort direkt zu uns spricht. Was für eine Antwort er hier gibt. Dieses Sportnet erinnert so ein bisschen an Psalm 2, Vers 4, wo es über Gott heißt, dass er lacht und spottet über das Toben und Wüden der Völker, die sich gegen ihn verbinden. Vers 23, wen hast du verhöhnt und gelästert? Und gegen wen hast du deine Stimme erhoben und deine Augen stolz emporgerichtet? Gegen den heiligen Israels. Wieder sehen wir hier diese Selbsterhöhung und die Geringschätzung Gottes. Das ist das Wesen der Gotteslästerung. Das haben wir ja schon in Jesaja 14 und an anderen Stellen gesehen. Ein typologisches Phänomen auch, das uns dann hilft, dass die Gotteslästerung in Daniel 7, in 2. Zestalonicher 2 und Offenbarung 13 beim Papsttum besser zu verstehen. Und dieser Begriff heilige Israels wurde in Jesaja schon oft verwendet, oder manchmal verwendet, um zu zeigen, dass er die Stütze für die Übrigen ist, dass er in ihrer Mitte ist und dass die Übrigen auf ihn schauen sollen. Vers 24, du hast durch deine Knechte den Herrn verhöhnt und gesagt, Also hier wird mit den eigenen Leistungen geprahlt. Und es sieht so aus, als ob die Israels sagen wollen, dass alle erdenklichen Ressourcen, die Libanon zählen auf dem hohen Berg, als auch das Wasser unter der Erde, alles ihnen zur Verfügung steht. Vers 26, hast du aber nicht gehört, dass ich dies längst vorbereitet und seit den Tagen der Vorzeit beschlossen habe. Nun aber habe ich es kommen lassen, dass du feste Städte zu öden Steinhaufen verwüstet hast. Und ihre Einwohner waren machtlos. Sie erschraken wurden zu Schanden. Sie wurden wie das Gras auf dem Feld und wie grünes Kraut, wie Gras auf den Dächern und wie Korn, das versenkt wurde, ehe es aufgeschossen ist. Gott sagt dem Assyrer König, all das, was du getan hast, wusste ich seit Ewigkeiten. Ich kenne deine Geschichte. Ich weiß ganz genau, was du getan hast. Und das habe ich alles zugelassen. Es ist überhaupt nur geschehen, weil du ein Instrument in meiner Hand gewesen bist, wie wir das auch schon vorher gesehen haben. Und dann heißt es hier in Vers 28, ich weiß um deinen Wohnsitz und um dein Aus- und Einziehen und dass du gegen mich tobst. Gott sagt, ich kenne dich ganz genau, viel besser, als du meinst, ich weiß genau, was du auch gegen mich vorhast. Weil du denn gegen mich tobst und dein Übermut mir zu Ohren gekommen bist, so will ich dir meinen Ring in die Nase legen und meinen Zaum in dein Maul und ich will dich auf dem Weg wieder zurückführen, auf dem du gekommen bist. Und das ist eine sehr interessante Idee hier, weil wir hier ein Bild haben, das wir auch in Psalm 32 finden für die Behandlung von unverständigen Huftieren, von Eseln und Pferden, die nicht hören wollen. Gott wünscht sich eigentlich, dass er mit Menschen ganz anders umgehen kann, dass sie ihre Schuld ihm bekennen, dass er ihnen vergeben kann und dass er sie dann führen kann und sein Auge auf sie richten kann. So muss Gott die Assyrier mit Gewalt wieder in ihr Land zurückdrängen. Vers 30 Und das soll dir, das bezieht sich jetzt auf Hiskir, dem jetzt hier die Botschaft zuteil wird, und das soll dir zum Zeichen sein. In diesem Jahr werdet ihr Brachwuchs essen und im zweiten Jahr, was von selbst wachsen wird, im dritten Jahr, aber sollt ihr Seen und Ernten und Weinberge pflanzen und deren Früchte essen. Die Folgen der Invasion werden noch etwas bleiben, aber das Land wird geheilt werden. Es wird wieder Hoffnung geben. Ahas wollte damals kein Zeichen haben, aber Gott gibt hier ein Zeichen, das in gewisser Weise auch die Prophezeiung aus Jesaja 7, damals aus der Zeit von Ahas, wieder aufnimmt. Und was vom Haus Jude entkommen und übrig geblieben ist, wird wieder nach unten Wurzeln schlagen und nach oben Frucht tragen, denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und Entkommene vom Berg Zion, der Eifer des Herrn, der Herrscher wird dies tun. Hier haben wir die Idee der Übrigen und hier können wir dieses Prinzip jetzt endlich ganz völlig zusammenfassen. Die Übrigen sind diejenigen, die in Jerusalem sind, während alle anderen Städte eingenommen sind, alle anderen Menschen, die allermeisten anderen gestorben sind, gibt es die, die in Jerusalem überleben werden, weil Gott eingreifen wird. Und das ist der Wurzelstock aus Jesaja 6, Vers 13. Das sind die Übrigen von Jesaja 10, Vers 20 bis 22. Von ihnen wird sich das Land wieder bevölkern, die, die überlebt haben, die zum Leben eingeschrieben sind in Jerusalem, wie Jesaja 4, Vers 3 sagt. Und das ist ein Typus auf die Christen zur Zeit von Jesus, die sich an den Messias festhalten innerhalb der Juden. Und das ist gleichzeitig ein Typus auf die Übrigen am Ende der Zeit, die an Jesus festhalten, an seinem Wort und an ihm selbst, an seiner Botschaft. Die Eifer des Herrn wird das tun. Das ist ein direktes Zitat aus Jesaja 9, Vers 6. Die Übrigen hängen direkt an dem Messias. Und deswegen sind die Übrigen zur Zeit von Paulus diejenigen, die den Messias angenommen haben. Und deswegen sind die Übrigen zur Zeit des Endes diejenigen in Offenbarung 14, Vers 1, als die mit dem Lamm auf dem Berg Zion stehen. Und sie haben den Glauben Jesu, halten seine Gebote und haben das Zeugnis Jesu. Vers 33 und 34. Darum so spricht der Herr über den König von Assyrien. Er soll nicht in diese Stadt hineinkommen und keinen Pfeil hineinschießen und mit keinem Schild gegen sie anrücken und keinen Wall gegen sie aufwerfen. Nicht einmal belagert werden würde sie. Es würde kein einziger Angriff geschehen, geschweige denn, dass sie erobert werden würde. Auf dem Weg, auf dem er gekommen ist, soll er wieder zurückkehren, aber in diese Stadt soll er nicht eindringen. Der Herr sagt es, das Wort Gottes ist unumstößlich. Es war schon mehrfach angekündigt worden, mehrfach prophezeit worden. Gott bestätigt es hier und sagt, das ist mein Wort. Jerusalem wird nicht dem Sanherib zum Opfer fallen. Vers 35. Denn ich will diese Stadt beschirmen, um sie zu retten, um meinet Willen und um meines Knechtes David willen. Gottes Charakter und sein Wesen werden durch diese Rettung offenbar werden. Er hatte schon vorher gesagt, dass er die Stadt beschirmen wird, wie ein Vogel sein Nest beschirmt. In Jesaja 31, Vers 5. Der Knecht David, sein Knecht David, das ist natürlich der König David. Und immer wieder wird in den Königen auch gesagt, dass Gott etwas tut, um seines Knechtes Davids Willen. Er hatte dem David ja versprochen, eine Dynastie zu bauen. Und eine zweite Samuel 7, die direkt zum Messias führt, was ja auch in Jesaja 9, Vers 5 und 6 der Punkt ist, dass der Sohn, der geboren wird, die Herrschaft Davids auf seiner Schulter haben wird. Später wird in Jesaja 55, Vers 3 das Evangelium, der neue Bund, als die Gnadengüter Davids bezeichnet. Es geht hier also eigentlich um die Heilslinie. Es geht um den Erlösungsplan und nicht so sehr allein um das buchstäbliche Jerusalem und das buchstäbliche Israel. Weil hier das Volk Jude an dieser Stelle. Vers 36. Und der Engel des Herrn ging aus und er schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man da morgen früh aufstand, siehe, da waren diese alle tot, lauter leicht. Nächster Höhepunkt. Ja, jahrelang, jahrzehntelang hatte Jesaja genau das prophezeit. Bis hier, bis an den Tag zuvor kommen Prophezeiungen, die genau sagen, dass das passieren wird. Und dann in einem Vers. Bedeutlich, ein Engel reicht aus. Und die gesamte Armee des Rav Shake und des Turtanu, diese gigantische Armee des assyrischen Weltreiches, ist von einem Moment auf den nächsten ausgelöscht. Gott greift mächtig ein. Es gibt eine ganz klare Parallele hier zum Exodus aus Ägypten, wo auch ein Engel in der eine Nacht zigtausende Menschen erschlägt. Wir wissen aus 2. Chronik 32, dass auch alle Obersten des assyrischen Heeres tot waren. Und dass es dann einen gigantischen Eindruck auch auf die anderen Völker gemacht hat. Hier haben wir eine der interessantesten weltgeschichtlich bedeutsamen Illustrationen für die Erlösung, wie Gott eingreift für sein Volk. Ganz ähnlich wie beim Exodus, beim Ausdruck aus Ägypten in 2. Mose. Vers 37, da brach Sanherib der König von Assyrien auf und zog fort und er kehrte heim und blieb in Nineveh. Wir wissen aus seinen eigenen kaltschriftlichen Berichten, die er über diesen Feldzug verfasst hat, dass er versucht hat, diese Tragödie zu kaschieren. Er kann aber nicht behaupten, Jerusalem eingenommen zu haben. Er sagt nur, er habe Hiskia eingesperrt wie einen Vogel im Käfig. Und er hat offensichtlich den Druck gehabt, irgendwie propagandistisch das zu überspielen. Und so hat er dann die Eroberung von Lachisch ganz groß aufbereiten lassen, ganz propagandistisch in seinem Palast an ganz prominenter Stelle ausgestellt, um das irgendwie zu kaschieren. Wir wissen, dass noch Jahrhunderte später noch jemand wie der Herodot, der sonst auch sehr schlecht informiert ist über die Verhältnisse in dieser Zeit, noch wusste, dass es dort eine schwere Katastrophe gegeben hat im assyrischen Lager, auch wenn er sie dann merkwürdigerweise irgendwelchen Feldmäusen zuschreibt. Aber man wusste noch Jahrhunderte später, auch bei den Griechen noch, dass mit dem Herr der Assyrer hier bei diesem Feldzug etwas Schlimmes passiert ist. Wir wissen aber aus der Bibel, was der wahre Grund ist. Es waren nicht irgendwelche Feldmäuse, es waren nicht eine Seuche, wie manche glauben. Es war der Engel des Herrn. Gott selbst hatte eingegriffen und sein Volk bewahrt. Und hier sehen wir, dass der Satan die Tatsache nicht verneinen konnte, aber das versucht hat, das umzuinterpretieren, um den Ruhm Gottes irgendwie doch noch zu schmälern. Aber es ist unsere Aufgabe, festzuhalten an dem Wort Gottes und die Wahrheit zu verkündigen, damit deutlich wird, wie sehr Gott hier eingegriffen hat und dass wir ihm vertrauen können. Weil dieser Gott, der damals eingegriffen hat, der möchte auch heute noch in mein und dein Leben eingreifen. Und es geschah, als er im Haus seines Gottes Nisroch anbetete. Der schlugen ihm seine Söhne Adramelech und Sareza mit dem Schwert und sie entkamen in das Land Arad. Und sein König Eseradon wurde König an seiner Stelle. Das geschah nicht gleich sofort, sondern etliche Jahre später, im Jahre 680 vor Christus, und zwar am 16. Januar, soweit kann man das sogar identifizieren, die assyrischen Quellen bestätigen. Sanderib wurde durch seine Söhne, durch einige Söhne, durch zwei Söhne wohl ermordet. Wir wissen nicht genau, wer mit diesem Gott Nisroch hier gemeint ist. Es gibt noch keine allgemein gesicherte Identifikation, verschiedene Ideen. Adramelech, das ist der Ardamuliso, der uns aus assyrischen Quellen bekannt ist als der Mörder von Sanderib und Sareza, ist wohl die hebräische Form einer verkürzten arkadischen Namensform, nicht? Schar-Uzur, irgendjemand schütze den König. Da fehlt dann der Gottesname hier und der Name eines Gottes. Die beiden sind das Land Ararat und das ist das Land Urartu im heutigen Armenien, nördlich von Assyrien, einer der Hauptfeinde, Hauptgegner des assyrischen Reiches über längere Zeit. Aber zu der Zeit hatte man schon so ein Gleichgewicht so ein bisschen erreicht, weil die Urateer nicht einzunehmen waren, aufgrund einer enorm guten Defensivstrategie. Und dass sie jetzt zwei rebellische Prinzen bei sich hatten, war ein ziemliches politisches Schwergewicht. Eser-Hadon, das ist der assyrische Großkönig Aser-Hadon, im Englischen wird auch Eser-Hadon geschrieben, der dann von 680 bis 669 regierte und nach Esra 4, Vers 2 neue Völker im Nordreich Israel ansiedelte, was dann zur vollständigen Erfüllung von Jesaja 7, Vers 8, wie damals dort schon gesehen, geführt hat. Kapitel 38. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Die Chronologie dieser beiden Kapitel 38 und 39 ist unklar, also im Vergleich zu 36 und 37. Es gibt Hinweise und Gründe dafür, anzunehmen, dass diese beiden Geschichten, Hesäkel 38 und 39, vor 36 und 37 stattgefunden haben. Aber wie gesagt, es hängt alles an dieser etwas nicht völlig durchsichtigen Chronologie des Hiskia. Ellen White hat diese beiden Geschichten auch vor Hesäkel 36 und 37 kommentiert. Könnte auch ein Hinweis darauf sein. Andeutungsweise würden wir uns mal dieser Idee auch anschließen. Wie gesagt, aber halten das noch ein bisschen offen, weil hier noch mehr Forschung notwendig ist, um wirklich alle biblischen Informationen, alle Ellen White-Informationen und auch die bekannten außerbiblischen Quellen irgendwie versuchen, in Harmonie zu bringen, was die Regentschaft von Hiskia betrifft. Da kam der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, zu ihm und sprach zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du sollst sterben und nicht am Leben bleiben. Das ist ein Ausdruck natürlich, dass man sich durch ein Testament darauf vorbereitet, das Leben nach dem Tod zu strukturieren und darauf entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Da wandte Hiskia sein Angesicht gegen die Wand und betet zum Herrn. Also ein ganz privates, persönliches Anliegen. Er geht quasi in sein stilles Kämmerlein und betet persönlich. Und er sprach, ach Herr, gedenke doch daran, dass ich in Wahrheit und mit ganzem Herzen für dir gewandelt bin und getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Und erinnert hier an die großen Reformen, die er durchgeführt hat, mit der Wiedereinsetzung des Passas und die Eröffnung des Tempels, den der Ahas geschlossen hatte und die Abschaffung des Götzendienstes. Da ging das Wort des Herrn folgendermaßen an Jesaja. Geh hin und sage zu Hiskia, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, ich habe deine Gebete hört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will zu deinen Lebenstagen noch 15 Jahre hinzufügen. Gott erhört sein Gebet und er sieht auch unser Wein und er sieht unsere Sorgen. An dieser Stelle ist es interessant zu erwähnen, dass immer wieder hier an dieser Stelle jetzt der Bezug genommen wird zu Manasse. Und die Idee sozusagen im Raum steht, dass erst innerhalb dieser 15 Jahre Manasse geboren worden ist und das hängt dann aber tatsächlich an der chronologischen Einordnung dieser Geschichte. Je nachdem, wo man das chronologisch einordnet, passt diese Beobachtung oder sie passt auch nicht. Denn nach momentanem gegenwärtigem Forschungsstand wird davon ausgegangen, dass sogar Hiskia und Manasse eine Zeit lang gleichzeitig noch regiert haben und dann wäre Manasse wohl hier schon am Leben gewesen. Also diese interessante Beobachtung, dass Gott ihn vielleicht hier hätte sterben lassen wollen, weil er verhindern wollte, dass Manasse geboren wird, die hängt sozusagen auch an dieser ganzen chronologischen Frage. Das muss man so ein bisschen noch offen halten. Und ich will dich und diese Stadt aus der Hand des Königs von Assyrien erretten und ich will diese Stadt beschirmen. Das wäre ein Hinweis darauf, dass diese Geschichte auch vor der Belagerung durch Sanherib stattgefunden hat. Es sei denn, das ist eine allgemeine Aussage, die sagt, okay, ich möchte dich beschützen, damit er nicht wieder zurückkommt oder falls er wieder zurückkommt. Und das wäre das Zeichen von dem Herrn, dass der Herr das Wort erfüllen wird, das er gesprochen hat. Wir wissen aus dem Kontext, dann aus Vers 22, dass der Hiskia selbst um ein Zeichen gebeten hat. Das wissen wir auch aus 2. Könige 20, Vers 8 und 9, dass der Hiskia aussuchen durfte, in welche Richtung die Sonnenuhr vorgehen durfte oder zurückgehen durfte. Und das heißt dann hier, Siehe, ich lasse den Schatten an der Sonnenuhr des Ahas um 10 Stufen zurückkehren, nämlich um so viel, wie die Sonne ihn bereits an der Sonnenuhr hatte abwärts gehen lassen. So ging die Sonne an der Sonnenuhr um 10 Stufen zurück, die sie abwärts gegangen war. Was für eine gigantische Geschichte, die uns natürlich an Jose auch erinnert, wo ebenfalls die Sonne stehen blieb, damals bei der Eroberung Kanans. Ein gewaltiges Zeichen und damit auch ein großer Kontrast zur Geschichte von Ahas, der ja, wie wir wissen, gar kein Zeichen haben wollte. Und auch das zeigt die Parallelen und auch den Kontrast zwischen diesen beiden Geschichten. Interessant ja auch deswegen, weil es hier die Sonnenuhr des Ahas ist. Vers 9, eine Aufzeichnung Hiskias, des Königs von Judah, als er krank gewesen und von seiner Krankheit wieder genesen war. Hier haben wir jetzt eingebettet in diese Geschichte einen Text von Hiskia selbst. Ich sprach, in meinen besten Jahren muss ich zu den Toren des Totenreiches eingehen. Ich bin das Rest meiner Jahre beraubt. Ich sprach, ich werde den Herrn nicht mehr sehen. Den Herrn im Land der Lebendigen, bei den Abgeschiedenen werde ich keinen Menschen mehr blicken. Man merkt an der Sprache so ein bisschen auch, dass wir hier nicht Jesaja haben, sondern Hiskia, der spricht. Und dieser Vers gerade hier in Vers 11 ist ein schöner weiterer Vers in der Lehre des Zustandes der Toten. Meine Wohnung wird abgebrochen und wie ein Hirtenzelt von mir weggeführt. Ich habe mein Leben ausgewoben wie ein Weber. Er wird mich vom Kettgarren abschneiden. Ehe der Tag zur Nacht wird, machst du ein Ende mit mir. Ich lag da bis zum Morgen und dachte einem Löwen gleich. So wird er mir alle meine Gebeine zermalmen. Ehe der Tag zur Nacht wird, machst du ein Ende mit mir. Ich zwitscherte wie eine Schwalbe, wie eine Drossel und gurrte wie eine Taube. Meine Augen blickten schmachten zur Höhe. Ach Herr, ich bin bedrängt, tritt als Bürger für mich ein. Diese Bilder kommen zum Teil aus Hiob, zum Teil aus Psalmen. Ihr könnt die im Sendemanuskript nachschauen. Und er bittet, dass Gott für ihn eintritt als Bürger. Was anderes sollte ich sagen. Er aber redete zu mir und führte es auch aus. Ich will nur mein Leben lang vorsichtig wandeln wegen dieser Bekümmernis meiner Seele. Er hat erlebt, dass Gottes Wort tatsächlich das tut, was es sagt. Und er hat versprochen, entsprechend mit Gott zu leben. Aber wir wissen aus der Geschichte aus Kapitel 39, dass es da herausfordernde Situationen gab. Und dass er nicht immer treu zu diesem Versprechen gestanden hat. Vers 16, O Herr, dadurch lebt man. In all diesem besteht das Leben meines Geistes. So wirst du mich gesund machen und aufleben lassen. Dadurch lebt man. Aus jedem Wort lebt der Mensch. So hat es Jesus ja schon gesagt. Als Zitat aus 5. Mose 8, Vers 3. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Siehe, zum Frieden diente mir bitteres Leid. Du hast ja meine Seele liebevoll umfangen und sie aus der Grube des Verderbens herausgezogen. Denn du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Das ist dieselbe Botschaft, die auch Micha hat. In Micha 7, dass Gott alle unsere Sünden vergibt. Und auch wenn wir schweres Leid erleben, dann ist es doch immer für uns zum guten Gott. Liebt uns und er zieht uns aus der Grube des Verderbens. Ein wunderschöner Vers, den auch wir in Anspruch nehmen dürfen. Denn das Totenreich kann ich nicht loben. Noch der Tod dich preisen und die in die Grube fahren, können nicht auf deine Treue hoffen. Sondern der Lebendige, ja der Lebendige lobt dich, wie ich es heute tue. Der Vater erzählt den Kindern von deiner Treue. Und auch das ist etwas, was sehr deutlich zur Lehre vom Zustand der Toten hier passt. Wie wir es auch in Prediger 9, Vers 5 und 10 und an vielen anderen Stellen finden. Hier sehen wir zumindest auch, dass Hiskia sich bewusst war, er hätte eigentlich das Wort Gottes auch weitergeben sollen an seine Kinder. Aus irgendeinem Grund ist Banasse trotzdem sehr missraten, was zumindest einen Großteil seiner Regierung betraf. Vers 20. Herr, dafür, dass du mich gerettet hast, wollen wir alle Tage unseres Lebens unser Seitenspieler klingen lassen im Haus des Herrn. Wir wissen von Hiskia, dass er die Tempelmusik nach dem Vorbild Davids wieder groß gemacht hat und eingesetzt hat. Denn Jesaja hatte gesagt, man bringe eine Feigenmasse und streiche sie ihm als Salbe auf das Geschwür. So wird er gesund werden. Hier haben wir ein gutes Beispiel für medizinische Missionsarbeit, die auch den Einsatz von Heilmitteln mit einschließt. Und das passt ganz gut zu echtem Glauben, wenn man auch die natürlichen Heilmittel, die Gott gegeben hat, entsprechend verwendet. Da hatte Hiskia gefragt, welches ist das Zeichen, dass ich in das Haus des Herrn hinaufgehen werde. Vers 9, Kapitel 39. Zu jener Zeit sandte Merodach Baladan, der König Baladans, der König von Babel, einen Brief und Geschenk an Hiskia, denn er hatte gehört, dass er krank gewesen und wieder zu Kräften gekommen war. Dabei handelt es sich um Marduk Abla Idina II., einen Chaldea vom Stamm Bidiakin, König Babylons. Er war Verbündeter von Tiglat-Pileser gewesen und hatte sich dann nach dem Putsch von Sargon 722 die Gelegenheit ergriffen, selbst zum König von Babylon gemacht. Wir haben die ganzen Teile zum Sendemanuskript. Und eine frühere, besser gesagt, dass Jesaja 38, 39 vor, vielleicht sogar einige Jahre vor Jesaja 36, 37 stattfindet, würde hier sehr gut passen, weil zu der Zeit tatsächlich Marduk Abla Idina König von Babylon war. Er ist dann noch einmal ganz kurz im Jahre 700 König gewesen. Also da gäbe es auch noch mal ein Zeitfenster, um das hier einzubauen, sollte es chronologisch fortschreitend passiert sein. Die Babylonier hatten bei der Sonne gemerkt, dass da etwas ganz Merkwürdiges vorgekommen ist und hatten dann durch Boten erfahren, dass der König von Hiskia solch ein Wunder erlebt hat und sind zum Gekommen. Und es gab die große Gelegenheit, ihnen jetzt zu zeigen, wer der Gott Israels ist. Zu jener Zeit sandte Mero dach Baladan, naja, Fest 2. Und Hiskia freute sich über sie und zeigte ihnen sein Schatzhaus. Das Silber und das Gold und die Spezereien und das kostbare Öl und sein ganzes Zeughaus samt allem, was sich in seinen Schatzkammern vorfand. Es gab nichts in seinem Haus und im ganzen Bereich seiner Herrschaft, das Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte. Statt Gott in den Mittelpunkt zu stellen, statt zu berichten, was er großes Mal Gott erlebt hat, zeigte seine Schätze. Und wie oft haben wir schon, statt Gott die Ehre zu geben, auf unsere eigenen Talente, unsere eigene Kraft, unser eigenes Intellekt, unseren eigenen materiellen Wohlstand gezeigt, um darauf stolz sein zu können. Hier haben wir wieder das Thema des Stolzes, auch bei Hiskia. Da kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und fragte ihn, was haben diese Männer gesagt und woher sind sie zu dir gekommen? Und Hiskia antwortete, sie sind aus einem fernen Land zu mir gekommen, aus Babel. Er aber fragte, was haben sie in deinem Haus gesehen? Und Hiskia antwortete, sie haben alles gesehen, was in meinem Haus ist. Es gibt nichts in meinen Schatzkammern, was ich ihnen nicht gezeigt hatte. Tatsächlich war Babylon weit entfernt und es hat so gut wie nie Interaktionen zwischen Babylon und Palästina hier gegeben. Hiskia hat wahrscheinlich überhaupt keine Idee gehabt, dass die Babylonier jemals gefährlich ihm werden könnten, zumal ja die Assyrer immer noch völlige Macht hatten und auch über Babylon die Vorherrschaft hatten. Aber es heißt in Vers 5, da sprach Jesaja zu Hiskia, höre das Wort des Herrn der Herrscher an, siehe es kommt die Zeit, da alles was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zu diesem Tag gesammelt haben, nach Babel weggebracht werden wird, es wird nichts übrig bleiben und von deinen Söhnen, die von dir abstammen werden, die du zeugen wirst, wird man welche nehmen und sie werden Kämmerer sein im Palast des Königs von Babel. Da sprach Hiskia zu Jesaja, das Wort des Herrn, das du geredet hast, ist gut. Denn dann sprach er, es wird ja doch Friede und Sicherheit sein zu meinen Lebzeiten. All das hat sich präzise erfüllt in Daniel 1, ungefähr 100 Jahre später, als dann die Babylonier unter Nebukadnezar kommen und vorher das Assyrische Weltreich zusammengebrochen ist unter den Angriffen Babylons und die Babylonier ein eigenes Weltreich gründen und dann in drei Wegführungen schließlich ganz Jerusalem zerstören und alle Schätze mitnehmen, alle Geräte des Tempels. All das hat Gott vorhergesehen und mit dieser Geschichte wendet sich jetzt das Blatt im Buch Jesaja und die folgenden Kapitel sprechen von der Erlösung und auch von dem Fall Babylon, sozusagen in die Zukunft gewandt. Assyrien ist jetzt Geschichte, sozusagen, und ab Kapitel 40 wird jetzt eine neue Perspektive aufgemacht, die noch mehr als schon ohnehin zuvor die Erlösung durch Jesus Christus im Zentrum hat. Beginnen wir in Vers 1. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frohendienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. Hier sieht man sehr schön, wie Schuld und Sklaverei zusammengenommen werden und Gott hat hier eine Botschaft der Erlösung, eine Botschaft der Erlösung von der Schuld, die natürlich aufgrund des Götzendienstes und all der bösen Dinge gekommen ist, aber Gott möchte sein Volk retten, er möchte es trösten, er möchte es trotz der babylonischen Gefangenschaft, die hier zum ersten Mal explizit ausgesprochen wird, ihnen die Hoffnung geben, dass all das nicht das Ende sein wird, sondern dass es Erlösung gibt, egal wie weit wir gefallen sind, Gott hat einen Plan für uns. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden. Was hügelig ist, soll Ebene. Das ist natürlich eine Prophezeiung, die sich erfüllt buchstäblich im Leben von Johannes dem Täufer 700 Jahre später, der genau diese Botschaft predigt und er hat sich selbst so identifiziert, und es heißt hier, die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat erst geredet. Das Wort Gottes sagt, dass die Herrlichkeit Gottes sich offenbaren wird, sodass alles Fleisch es sehen wird. Die Bibel sagt uns Johannes 1 und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, das Wort Gottes und es heißt dann Verschürzen und das Wort wurde Fleisch und es heißt dann, wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Hier wird das Kommen Jesu offenbart, das von Johannes dem Täufer vorbereitet wird. Er spricht eine Stimme, verkündige und er sprach, was soll ich verkündigen? Alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Wahrhaftig, das Volk ist Gras, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Auf Menschen kann man sich nicht verlassen, Völker gehen und Reiche fallen, aber Gott bleibt derselbe. Sein Wort bleibt bestehen und sein Wort, das ist Christus selbst, der Mensch geworden ist, damit alles Fleisch hinsehen kann. Und hier sehen wir, dass in Jesaja 40 eigentlich zwar zunächst einmal das erste Kommen angesprochen wird, aber auch das zweite schon impliziert ist, denn Jesus kommt wieder, wenn alle Menschen von seinem Erlösungsplan, von seinem Wirken, von seinem Leben, von seinem Tod und Auferstehung gehört haben, wenn es die ganze Welt, die Herrlichkeit Gottes, die ganze Welt erfüllt hat. Vers 9, steige auf einen hohen Berg, O Zion, die du frohe Botschaft verkündigst, erhebe deine Stimme mit Macht, O Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst, erhebe sie, fürchte dich nicht, sage den Städten Judas, seh, da ist euer Gott. Das Evangelium soll laut gepredigt werden. Wir wissen aus Jesaja 2, dass der Berg Zion zum Zentrum werden soll, auch in der Endzeit, wo alle Völker hinzuströmen werden, weil dort das Wort Gottes gepredigt wird, dort das Gesetz Gottes, dort das Evangelium, denn Evangelium und Gesetz gehen Hand in Hand, dort wo die 144.000 auf dem Berg Zion das Evangelium laut verkündigen werden, mit Macht. Gott wartet auch heute auf die vollmächtige Verkündigung des Evangeliums, der guten Botschaft in alle Welt, so wie es Offenbarung 14, Offenbarung 18 beschreiben, damit er wiederkommen kann. Vers 10, siehe Gott, der Herr, kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen über ihn, siehe sein Lohn ist bei ihm und was sich erworben hat, geht vor ihm her. Das ist eindeutig die Wiederkunft, auch in Offenbarung 22, Vers 12 haben wir ganz ähnliche Verse, aber gleichzeitig haben wir das erste Kommen hier, in Vers 11, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen, die Mutterschafel wird er sorgsam führen. Im Alten Testament war Gott immer wieder als der gute Hirte angesprochen worden, Psalm 23 ist nur eines von vielen Beispielen, auch in Hesekiel 34 sagt Gott von sich, dass er der Hirte ist und dass er als Hirte kommen möchte, um sein Volk zu retten und Jesus macht sehr deutlich da in Johannes 10 und anderen Stellen, dass er der gute Hirte ist. Und dann lesen wir in Vers 12, wer hat die, also vielleicht noch als kurze Zusammenfassung, wir sehen hier also, dass eine wunderschöne Prophezeiung auf das Kommen von Jesus und zwar sowohl das erste als auch das zweite Kommen Jesu in einem großen Zusammenhang andere Texte in der Bibel helfen und diese beiden kommen zeitlich auseinander zu differenzieren, aber eigentlich gehören sie zu einem großen Programm, zu einer großen Idee. Das Evangelium soll der ganzen Welt bekannt gemacht werden, das beginnt mit der Predigt des Evangeliums durch Jesus, vorbereitet durch Johannes den Täufer und es endet mit der Vollendung des Evangeliums in Offenbarung 10, wenn in der siebten Posaune das Evangelium, das Geheimnis Gottes vollendet wird, wenn in Offenbarung 18 alle, die ganze Erde erfüllt wird mit der Herrlichkeit Gottes. Wenn in Matthäus 24 das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt wird zum Zeugnis für alle Völker, dann wird das Ende kommen. All das wird hier zusammengefasst als eine große Idee. So wie damals die Jünger zu Pfingsten mit Vollmacht predigten von Jerusalem aus, sollen wir auch mit Vollmacht erfüllt vom Heiligen Geist diese Botschaft predigen aus dem geistlichen Jerusalem heraus, verbunden mit dem wahren, buchstäblichen, neuen Jerusalem. Ab Vers 12 kommt ein neuer Gedanke. Wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in den Mars gefasst? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagstallen? Also das sind rhetorische Fragen, die sagen, kein Mensch kann die Schöpfung völlig erfassen und berechnen. Wer hat den Geist des Herrn ergründet und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Gott ist unergründlich. Man kann seinen Denken, seine Intelligenz nicht erreichen. Man kann schon gar nicht intelligenter sein als er. Er braucht keinen Ratgeber. Wen hat er am Rat gefragt? Dass er ihn verständig machte und ihm den Weg des Rechtswiese, dass er ihn Erkenntnis lehrte und ihm den Weg der Einsicht zeigt. Auch das ist eine rhetorische Frage. Gott steht, auch was sein Wissen und seine Weisheit betrifft, über uns allen weit, weit, weit. Vers 15. Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Stäubchen in den Waagstallen sind sie geachtet. Siehe, er hebt die Hinseln auf, wie ein Staubkörnchen in Gottes Augen. Verglichen mit Gott sind alle Völker eigentlich wie nichts. Vers 16. Der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz und sein Wild genügt nicht zum Brandopfer. Mit allen Ressourcen, die wir haben und Libanonholz war das Beste, was man geben konnte. Alle berühmten und wertvollen Ressourcen reichen nicht aus, damit ein Mensch auch nur anmehrungsweise der Größe Gottes gerecht wird. Gott ist überhaupt nicht abhängig von Opfern. Er macht an anderer Stelle deutlich, dass tierische Opfer ohnehin nicht sein größter Wunsch gewesen sind. Alle Völker sind wie nichts vor ihm. Sie gelten ihm weniger als nichts. Ja, als Nichtigkeit gelten sie vor ihm. Daniel 4, Vers 32, da sagt der Nebuchadnezzar später genau dasselbe. Die Idee wird hier betont. Und jetzt kommt Vers 18, auf das alles hinzuläuft. Wem wollt ihr denn Gott vergleichen oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen? Gott ist absolut unvergleichlich. Das zeigt sich am Exodus, wo Gott sagt, dass er die Plagen sendet, um die Unvergleichlichkeit Gottes zu zeigen. Viele andere Stellen machen das deutlich. Und deswegen haben wir die Gebote, die ersten beiden Gebote, die sagen, dass wir keinen anderen Gott haben sollen, auch kein Bild von ihm machen sollen, weil er so unvergleichlich ist. Und der größte Aspekt seiner Unvergleichlichkeit ist natürlich mit Micha 7, Vers 18, dass wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, wie 1. Johannes 1, Vers 9 sagt. Und dann kommt diese Frage in Vers 19, das Götzenbild, das hat der Künstler gegossen und der Goldschmied überzieht es mit Gold und lödet silberne Kettchen daran. Wer aber zu arm ist, wählt das Weihgeschenk als Weihgeschenk ein Holz, das nicht fault und sucht sich einen Schnitzer, der ein Götzenbild herstellen kann, das nicht wackelt. Hier wird mit drastischem Realismus gezeigt, wie unsinnig, wie dumm es ist zu glauben, dass solche Götzenbilder irgendwie auch nur annäherungsweise so sein könnten, wie der Gott, der alles gemacht und geschaffen hat. Hier sei ja 40, Vers 21. Wisst ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde? Gott erinnert an die Schöpfung. So wie Römer 1, Vers 19 sagt, dass alle Menschen in der Schöpfung erkennen können, dass es ihn gibt und dass er Kraft hat. Aber die Bibel sagt, dass sie ihm nicht gedankt haben und in ihren Herzen verfinstert worden sind. Und Gott erinnert hier sie daran, dass eigentlich alle Völker mal am Anfang wussten, dass es einen Schöpfergott gibt. Vers 22. Er ist es, der über dem Kreis der Erde thront und von dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind, der den Himmel ausbreitet wie ein Schleier und ihn zusammen ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen. Auch hier haben wir seine Manuskript, die Parallelstellen aus den Psalmen und aus anderen Stellen, der die Fürsten zunichte macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Auch das ist eine Idee, die wir gerade schon gelesen haben. Vor Gott kann kein König, kein Richter, kein Fürst, niemand bestehen. Vers 24. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm in der Erde Wurzeln getrieben, da haucht er sie an und sie verdorren und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Das ist genau die Idee, die wir in Vers 6, 7 und 8 gesehen haben. Auf Menschen ist kein Verlass, auf Götzen sowieso nicht. Der Einzige, auf den wir uns verlassen können, ist Gott, denn er ist ewig und sein Wort steht fest. Egal was wir opfern, wir können ihm nicht gerecht werden sozusagen. Wir können nur aus Dankbarkeit opfern. Die Opfer sollen ja nur unsere Dankbarkeit ausdrücken für den Erlösungsplan, den er sich erworben hat. Wir können niemals ihm das Wasser reichen. Wir können nur ihn annehmen, unser Leben und verstehen, wie unvergleichlich es ist, wie sehr wir ihn brauchen. Vers 25. Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen. Er, der ihr Herr abgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermissten Gott kennt jeden einzelnen Stern, hat sie alle gemacht und kennt jeden einzelnen mit Namen. Warum sprichst du denn, Jakob? Und sagst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott, wenn Gott jeden einzelnen Stern kennt. Glaubst du ernsthaft, dass Gott nicht weiß, wie es dir geht und was du benötigst. Gott, der jeden Spatzen sieht, der alle Vorgänge in der Natur kontrolliert, der weiß auch, wie es dir und mir geht und wir dürfen uns ihm anvertrauen. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch mal. Sein Verstand ist unerschöpflich. Es gibt keine Situation, die ihm zu schwer ist. Kein Problem, das für ihn unlösbar ist. Wir kommen an unsere Grenzen. Ich komme an meine Grenzen. Ich stelle irgendwann fest, ja, ich mit Hiskia, da weiß ich nicht genau, wie ich vorankommen soll. Ich merke, ich komme an meine Grenzen. Wir kommen vielleicht an unsere Grenzen mit unserer körperlichen Kraft, mit unserer mentalen Kraft. Wir kommen an unsere Grenzen, wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht. Wir kommen an unsere Grenzen, wenn wir unsere Vorsätze nicht mehr umsetzen. Wir merken, dass wir nicht alles können, dass wir nicht alles wissen, dass wir müde und matt werden. Aber Gott wird nicht müde und matt. Gott weiß alles. Er kann alles. Und er ist immer für uns da. Warum nehmen wir ihn so selten in Anspruch? Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögen. Denn Gott ist dazu da, den Müden zu helfen. Er ist für die Unfähigen da. Nicht für die Fähigen, die ihn irgendwie beeindrucken. Er ist für die Unfähigen da. Für die, denen es an Glauben mangelt. Für die, die erkennen, dass sie hilflos sind. Die, die verstehen, dass sie eben nicht alles wissen. Für die ist er da. Und er möchte für mich und für dich da sein, wenn wir verstehen, dass wir nicht auf Menschen achten sollten. Schon gar nicht auf Götzen. Seien sie buchstäbliche oder geistige Götzen, geistliche. Nein, wir dürfen allein uns auf Gott verlassen. Er, der Mensch geworden ist und die gute Botschaft uns gegeben hat, dass er alle unsere Sünden vergeben möchte. Eine Botschaft, die wir in die ganze Welt tragen sollten. Vers 30. Knaben werden müde und matt und junge Männer strauchen und fallen. Von allen Menschen, die es gibt, sind junge Männer, vielleicht die, die am meisten Energie haben, am meisten Kraft haben, am ehesten nicht müde werden oder am wenigsten müde werden. Aber auch sie werden irgendwann müde. Auch sie sind irgendwann erschöpft. Auch ihre körperlichen Ressourcen sind irgendwann aufgebraucht. Vers 31, aber die auf den Herrn harren. Kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wer auf Gott vertraut, wer mit Gott lebt, hat mehr Kraft, mehr geistliche Kraft auch, als jemand, der einfach nur auf seine eigene Kraft baut. Denn die Bibel sagt uns, dass die Kraft Gottes sich in seinem Evangelium zeigt. Auch geistlich können wir uns vielleicht manches vornehmen und eine Zeit lang laufen. Vielleicht sind wir auch relativ stark, aber irgendwann fallen wir, irgendwann werden wir schwach. Irgendwann reicht unser eigener Vorsatz, unsere eigene Motivation nicht aus. Wir kommen an unsere geistlichen Grenzen und spätestens dann merken wir, wir brauchen Gott. Ohne ihn werden wir niemals diesen Lauf vollenden. Von dem Hebräer 12 sagt, von dem Paulus sagt, dass er den Lauf vollendet hat. Ohne ihn werden wir müde werden. Wir werden ermatten. Wir werden schwach werden im Glauben. Wir werden fallen. Aber mit ihm werden wir neue Kraft bekommen. Wir werden auffahren wie Adler. Er will unsere Kraft erneuern. Täglich. Lieber Freund, liebe Freundin, möchtest du dir Gottes Kraft für dein Leben in Anspruch nehmen? Paulus sagt aus eigener Erfahrung, dass in seiner Schwachheit die Kraft Gottes zur Vollkommenheit gekommen ist. Und er sagt, alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Wir wollen heute hier enden. Wir haben gesehen, dass Gott Gewaltiges tun kann. Er hat 185.000 Assyrer in einer Nacht geschlagen, weil Menschen zu ihm gebetet haben. Gott kann mehr als wir glauben. Sind wir heute bereit, unser Leben ihm zu geben, ihm zu vertrauen, egal wie schwierig unsere Lage gerade sein mag, weil er unerschöpflichen Verstand und unerschöpfliche Kraft hat. Wollen wir gemeinsam beten? Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir wissen dürfen, dass du Kraft für jeden Müden hast. Und dass du dich offenbart hast, sodass jeder dich verstehen und kennenlernen kann. Danke Herr, dass du eingreifst, dass du versprochen hast, dein Volk zu beschützen, auch in höchster Not. Und lass uns lernen, aus den großen Wundern, die wir heute gesehen haben, durch den Sieg über die Assyrer, das Zurückschreiten des Schattens an der Sonne, nur Dinge, die unseren Verstand übersteigen, dass wir erkennen, dass du auch heute für uns eingreifen möchtest, dass du stark genug bist, um uns zu helfen, dass wir erlöst sein können durch dich heute an diesem Tag. Denn du bist gekommen, Herr Jesus, um unser Hirte zu sein, um uns zu beschirmen und zu beschützen und uns all das zu geben, was wir brauchen. Und dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen. Damit verabschieden wir uns für heute und freuen uns, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Dann für die nächsten Kapitel lasst uns gemeinsam Gottes Wort weiter studieren und fest an ihm halten und dann werden wir erleben, wie dieses Evangelium die ganze Welt erreichen wird. Gott segne euch. Amen. Vertraue und glaube,